So, meine Lieben, heute spiele ich zusammen mit euch Among Us. Mal schauen, wie das rauskommt. Ich mache vielleicht auch irgendetwas bei diesem Game, aber wir werden es sehen. Let's go! Okay, Crewmate. Dann schauen wir mal, wer der Impostor ist. Jetzt schon? Hallo! Also, Janik kann helfen. Ah, schöner. Jetzt gehen wir zu Michel. Hallo! Hallo! Dead body! Wer ist dort? Oh, der Leo! Oh no! Wo? Hm. Ich weiss nicht, wer es war. Also, ich warte jetzt mal. Aber den Speedy müssen wir definitiv im Auge halten. Mal schauen, was der Speedy so macht. Ich lasse einfach kommen. Also, lass mich jetzt die Aufgabe machen. Dann halt. Aber wehe, es bringt mich überhaupt um währenddessen. Ich hasse die Aufgabe. Ja, es hilft jemanden. Hallo! Wieso kommt niemand am Haufen? Schau an! Jetzt kann es richtig losgehen. Oh no! Schau an! Schau an! Schau an! So! Oh Luca! Mach deine Swipecard! Öh! Übersprungen! Okay, wieso läufst du mir jetzt noch? Oh, Janik! Jetzt müssen wir saveen. Leo, wehe! Oh! Hä? Nein, Janik ist nicht... Janik ist mit mir ja überall. Der Luca ist schon wieder... Es kommt der Luca. Ich habe ja gesagt, er hat es geskippt. Komm Luca, mach deine Swipecard! Öh! Übersprungen! Wieso wolltet ihr für... Leo hat es für mich gewartet. Ist Leo mit Luca im Pastor zusammen? Ich glaube Leo ist... Bringst du mich jetzt um? Hm? Hm? Mach! Mach da vor der Kamera! Nein, keine Kamera mehr! Ich habe gesagt Luca! And no one is gonna help her! Genau jetzt, wo die Kamera ausgesehen ist, hat er es gemacht. Okay, gleich. Der Janik! Ich bin beim Talgelösser gewesen. So ein Scheiss! Alle Leute, die sind so schlecht... Jetzt votet der Leo. In der Runde vorher hat der Leo mich votet. Wieso? Ich schaue mal, was der Leo macht. Jetzt bringt er Michelle um. Jetzt bringt er sie um. Nö, Leo. Die Türe ist zu, bring sie um. Bring sie um und wend. Du bist so schlecht in dem Spiel, oh mein Gott. Perfekte Möglichkeit, jetzt erst. Und dann macht er noch ein Self-Report. Schlechtest Impostor ever. Okay, aber die anderen checken es ehrlich nicht. Und weiss er nicht mal, welcher Raum das war. Neben der Cafeteria. Nice. Okay, aber er hat es nicht schlecht gemacht, für das, dass er so scheisse ist. So, ich finde, ich könnte jetzt wieder mal Impostor sehen. Wehe, wenn es wieder der Luca ist. Easy, der Luca ist das mal nicht. Da steht schon viel zu lange an dem DÖ. Rausen. Ja. A Proof ist tot. Hey, Leo. Was redest du? Gell, bist du vorbei gerannt? Guys, guys. Ich habe einen schwarzen Wente gesehen. In Security. Und er wollte mich gerade killen. Hey. That's suspicious. Hä, ich schrege es jetzt nicht mehr. Was redest du, Luca? Ich bin ja bei einem Reaktor reingegangen und Luca war alleine dort gewesen. Wieso haben zwei Leute für die Mischa gewartet? Hä? Der Leo hat für die Mischa gewartet. Hä? Wut? 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 Wut ist rausgerannt? Wut ist mir jetzt gleich entgegengekommen? Aber da ich es nicht mehr weiss und er mich jetzt gerade und der Schwarze mich beschuldigst. Nein! Nein, nein! Schwarz ist mir entgegengerannt. Ich wusste nicht, welche Farbe. Aber da du mich jetzt gerade beschuldigst, hast du dich gerade selber verraten. Null, was redest du? Nein, Leo, du bist einfach der andere Mann. Es ist schwarz. Nein! Oh mein Gott, ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Kann ich jetzt bitte Impostor sein? Einmal. Kommt's. Kommt's. Kann ich jetzt bitte Impostor sein? Kommt's. Hm. Wo muss ich hin? Kommt's. 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 Hey. Was? Wieso killt ihr immer mich zuerst? Ihr seid alle da. Wirklich. Also wenn der Leo und Luca nicht sind, dann ist der Speedy und der Gäli. Speedy muss jetzt für Gäli gewoten. Hat er jetzt nicht für Gäli gewoten, dann wäre es ja klar gewesen. Okay. Suchst du dein nächstes Opfer? Ja. Ja. Kommt's. Kommt's. Als ob sie das nicht gesehen haben. Oh mein Gott. Der Leo hat einfach vor mir gelegt. What the fuck. Okay. Er ist echt gut. Wollt ihr dann auch bei sich selber? Fair. Fair fair. Und jetzt im Pasto. Komm. Komm. Und jetzt kommt mich jemand hier rein. Oh. Ich wollte mich hier rein sehen. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich vertraue mich niemandem mehr. Okay. Geh weg. Ah. Geräusch. Wo? Wie ist er gerade angeklagt? Ja. Skippen oder was? Ich sass. Luca, du scannst gar nicht. Was, Lina? Null. Ich wollte Leo. Ich wollte Leo. Seht ihr euch? Was soll ich Lina? Ich habe nichts gemacht. Du hast mich. Hä? Oh mein Gott. What the fuck. Es ist der Leo. Also. Jahre für die Piz gerade der Leo. Der Leo ist ein Fix gewesen. Aber dann ist es sie nicht. Jetzt vote der Leo. Oh mein Gott. Ich mache es nicht noch unversichtlich. Ich habe Leo am Verteidigen. Wieso ist Leo die ganze Zeit im Pastor? Aber Approve könnte es auch sein. Was ist wenn Approve mit Leo zusammen ist? Nein. Es ist noch Gleichstand. Ich kann nicht mehr. Approve könnte es Leo noch. Vielleicht ist es doch nicht. Jetzt bringt er eine Rolle. Ah nein. Der Leo ist okay. Es war nicht Approve. Aber Michelle oder der Rote. Michelle und Leo. So. Das war es mit dem Among Us Battle. Es hat mässig Spass gemacht. An all die, die dabei waren. Mit uns zum Kotzen, zum Spielen. Mich habt ihr immer zuerst schon gebracht. Aber drückt doch trotzdem auf den Like Button. Und aktiviert das Glockendingsbums. Und gebt mir Bescheid, ob ihr gerne einen zweiten Teil von diesem Video würdet sehen würdet. Damit ich einmal der Impastor sein kann. Tschüssi, büsi.